Entscheiden wir uns also für das Kollabieren einer Realität? Zwingen wir damit die andere in die Existenz? Sie können sich nicht einmal ansatzweise vorstellen, wessen Sie gleich Zeuge werden. Ich gebe dir, Enoch, eine Quantenbrücke zum menschlichen Geist. Was ist das? Siehst ja, Sie haben die Gehirnaktivitäten von dem Typ mit einem anderen in San Jose verlegt. Drei, zwei, eins, Feuer! Er hatte keine Wahl. Sein Finger wurde vom Gehirn eines anderen Menschen gesteuert. Ich habe Vertrauen in dich. Vertrauen in deine Arbeit. Dein Körper ist nach wie vor stark. Es sind nur die Nerven durchtrennt. Wir können dir helfen, deinen Körper wieder zu beherrschen. Schieß mich ab. Es funktioniert. Begreifst du es jetzt? Das sind alles meine Moves. Du hast nicht nur Voltaire verlinkt. Du hast uns alle verlinkt. Das darf nicht aufhören. Ich will mehr. Wir könnten alle verlinken. Nein. Dabei muss einer offline bleiben. Gib das Kommando. Ich bin derjenige, der euch alle miteinander verbinden wird. Fürchtet euch nicht. Drei, zwei, eins. Was hast du getan? Ich muss mir jegliche Einmischung verbitten. Nein. Zuerst fiel es mir schwer, sie zu kontrollieren. Aber nun ein unerwartetes Vergnügen. Ein einziges einheitliches Feld, das alles verbindet. Es ist nicht richtig. Ich bin auf jede erdenkliche Weise nicht richtig. Nein! Nein! Das ist erst der Anfang. etwas, was man versucht nicht. Das ist sicherlich. Vielleicht bin ich.